Die Power-Couples sind enger zusammengewachsen, aber haben in dieser Woche auch gespürt, was Konkurrenz bedeutet. Und, dass am Ende der Reise nur ein Couple 50.000 Euro gewinnen kann. Allein die Waage wird entscheiden, wer. Ich finde die Waage immer so ziemlich als Hölle. Wir wollen nicht gehen. Ne, wir wollen nicht gehen. Die Konkurrenz ist groß. Wir wissen zwar, wir haben was gemacht, aber ist das auch genug? Es war ein beklemmendes Gefühl, sag ich jetzt mal, weil keiner will nach Hause. Meine lieben Power-Couples, willkommen zur zweiten Runde. Ihr seid als Couple hier angetreten, um gegen den Rest zu gewinnen. Aber ich bitte euch nie zu vergessen. Abnehmen ist kein Sprint, bei dem man sich mal ein paar Tage zusammenreißt. Das ist ein Marathon. Und dafür braucht ihr Ausdauer. Und ob ihr das nach der letzten tollen Woche verinnerlicht habt, das werden wir gleich sehen. Die Couples, die gerade nicht auf der Waage zittern, dürfen vom Backstage-Bereich aus zuschauen und mitfiebern. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Speis nicht. Speis nicht. Es kühlt bis kühlt. Ja. Ruhig bleiben. Oh. Ein bisschen meditieren hier. Ja, wird alles gut. Und wir sind wegen ihm hier. Ich habe es mit ihm gemeinsam gemacht. Und ich habe nicht vor, jetzt zu gehen. Definitiv nicht. Naja, man weiß einfach, jetzt geht es um alles oder nichts. Jetzt wird das aufgerufen, was du die ganze Woche über geschafft hast. Und entweder du hast es geschafft oder du musst halt gleich schief sein. Es ist hart. Ja, und es ist auch wirklich hart, dass jetzt jemand gehen muss. Das ist halt einfach blöd für alle. Niemand kann wissen, wie die Wiegeergebnisse ausfallen werden. Ob die aktuellen Kilos fürs Bleiben reichen, tritt sich zuerst bei Andi und Shalik zeigen. Gut, Shalik. Dankeschön. Viel Glück. Dankeschön. War guter Hoffnung, weil ich an meinem Körper gespürt habe, es ist definitiv was runter. Aber wenn du dann vorlaufen musst zur Waage, da hast du angefangen, das Herz boom, 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 boom. Shalik, wie schätzt du selbst deine eigene Leistung an? Wenn ich jetzt nach dieser Woche beurteilen soll, bin ich definitiv wirklich sehr an meine Grenzen gegangen. Ich wollte aufgeben, aber meine Mama war an meiner Seite und hat gesagt, mach weiter. Und das habe ich dann auch weiter gemacht. Nur weiß ich nicht, ob es auf der Waage gut ist. Deswegen werde ich mich überraschen lassen. Gut, dann schau mal nach. Bitte stell dich jetzt auf die Waage. Ich habe wirklich viel gegeben, aber ich bin mit dem Gefühl auf die Waage gegangen, ängstlich, weil man gesagt hat, in der zweiten Woche könnte es auch weniger sein. Ich ziehe da immer so innerlich mit. Ich mache da zehn Gebete im Stillen und ich tue immer meine Finger überkreuzen, dass er genügend abgenommen hat. Oh, mein Gott, das ist krampig. Ja! 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 Da liegt, du hast 5,5 Kilogramm verloren. Schöne Zahl, oder was sagst du? Ja, ich bin total glücklich. Gut, dann geht es hier weiter. Bei dir, Andi. Dann schau mal nach, oder? Stell dich jetzt bitte auf die Waage. Ich stand auf der Waage und habe nur gedacht, bitte, bitte eine Acht davor. Bitte, bitte eine Acht davor. Das tut es auch nicht. Ja! Du bist in deine Achtziger. Jawohl, super. Ich habe meine Achtung vor. Alter! Das hätte ich ihr nicht zugetraut, ehrlich gesagt, weil sie ja auch eine der Leichteren ist. Aber man kann sehen, was Motivation ausmacht. Das bedeutet, ihr beiden habt in der vergangenen Woche 10,5 Kilogramm zusammen abgenommen. Herzlichen Glückwunsch! Also ich habe wirklich, wirklich Respekt davor, was die beiden geleistet haben. Andi und Charlie haben einfach so unfassbar viel gemacht und sie haben sich das total verdient. Und ich habe auch die Zahlen rausgelegt, wo ich mir denke, ach du Schande, das kriegst du ja im Leben nicht so hin. Ich habe es ihnen gegönnt, die haben dafür gekämpft, aber dennoch war es so, okay, du weißt aber, es sind auch deine Konkurrenten. Meli, was wünschst du dir für die Waage? Ich bin froh, wenn ich die 2 Kilo geschafft habe. Ich kann diese Woche gar nicht einschätzen. Du bist gerade extrem aufgeregt. Wir sagen, schau mal nach, oder? Hilft ja nichts. Bitte. Der Moment auf der Waage war der Horror. Das Schlimmste, wenn sie weint. Das ist schlimm. Ich stand da wie angeburtet, hat mir jede Träne verdrückt und es war wirklich schlimm. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ja, aber trotzdem hätte es natürlich mehr sein können. Als ich mein Ergebnis gesehen habe, war ich eigentlich sogar ziemlich enttäuscht von mir, weil ich in der Woche wirklich alles gegeben habe und vergleiche es sich natürlich auch mit Anni und Shalik, die vor dir dran waren. Du wiegst übrigens keine 120 Kilo, du wogst 100 Kilo ungefähr. Übrigens herzlichen Glückwunsch, du bist unter 100 Kilo. Danke. Also 3,2 Kilogramm, du weißt nicht, was daran verkehrt sein soll, ne? Das ist ein spitzen Ergebnis. Ja. Steffi, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann stell dich bitte auf die Waage. Gemischte Gefühle. Ich habe viel trainiert. Ich denke, ich habe meine 100% gegeben. Aber ich konnte meinen Körper nicht einschätzen, was das tatsächlich bedeutet. betrifft die الع auf die Waage ins Radio. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hätte ich überhaupt nicht erwartet, nein. So, dann schauen wir doch mal auf euer Gesamtergebnis. Ihr beiden habt zusammen 7,7 Kilogramm verloren. Ich weiß, dass wir das schwerer haben mit dem Abnehmen, weil wir eben die leichtesten sind. Viel Glück ihr zwei. Danke. So, ihr beiden, jetzt geht's los. Fabienne, du hast mich in dieser Woche überrascht. Warum? Ich weiß nicht. Überleg mal. Weil ich immer gut mitmach und mich bemühe. Keine Ahnung. Überleg mal noch. Wegen der Mental Activity, weil ich da so ein bisschen aus mir rausgekommen bin und weil mir das auch ein bisschen gut getan hat, Ich merke das. Du wirst präsenter. Du fängst an, selbstbewusster zu werden. Und ich wünsche mir ganz arg von dir, dass du das nicht mehr hergibst. Okay? Ja. Gut, dann stell dich bitte jetzt auf die Waage und wir schauen mal nach. Auf der Waage zu stehen ist immer noch der Horror, so wie beim ersten Mal. Also an die 4-Kilo-Grenze kommt's auf jeden Fall. Die kommt definitiv, hat sie aber auch davor stehen. Ich trau mich nicht hinzuschauen. Richtig gut. Super. Ich freu mich so. Birgit, wie stolz bist du, Fabian? Superstolz, ganz toll, hat sie es gemacht. Was schätzt du bei dir? Ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr habe. Gut, schauen wir nach, oder? Jawohl. Stell dich bitte auf die Waage. Der Herzschlag steigt bis ins Unermessliche. Bei mir ist erst mal das Herz stinken geblieben. Ich habe gesehen, dass du super aufgeregt warst. Und ich wollte am liebsten nochmal mitzittern. Und einfach nur gehofft, dass es für dich auch ein super Ergebnis gibt. Yes! Geil. 9,1 Kilo in zwei Wochen, Respekt. Zusammen habt ihr beiden 6,8 Kilogramm abgenommen. Und ihr seid jetzt bei 195,3 Kilogramm zusammen. Die Luft wird jetzt natürlich massiv dünn. Jetzt muss man ein gutes Ergebnis bringen. Heute Morgen dachte ich noch, unter die 120 wäre cool. Jetzt weiß ich, dass es nur zu wenig wäre. Ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass ihr zwei heute ein gutes Ergebnis habt. Das hoffe ich wirklich von Herzen. Jan, bitte stell dich auf die Waage. Ich habe sehr Angst. Ich kann das gerade irgendwie gar nicht einschätzen, wie ich abgenommen habe. Zuversichtlich bin ich jetzt nicht unbedingt. Konkurrenz ist groß. Wir haben was gemacht, aber ist das auch genug? Ich bin auf die Waage. Es hat alles gezittert. Ich habe meinen Herzschlag hören können. Ich will das Gefühl haben, dass ich diese Woche was geschafft habe. Das war ein richtig tolles Ergebnis. Das ist wirklich ein schönes Ergebnis. Du stehst jetzt bei glatt 110 Kilogramm.